Geprobt wird unterdessen auch zu Hause bei Steffi Stefan, Chef der Music Hall und Lindenberg Bassist. Vorbereitung für das Eröffnungskonzert heute Abend. Musik Hall Stefan zum Programm des neuen Jofel. Wir haben ja kein ganz bestimmtes Programm Richtung, sondern wir machen ja praktisch ein Programm, das von Jazz bis New Wave geht. Über Rock, über Volk, über alle möglichen Sachen, über Blues. Also praktisch jede Musikrichtung ist da. Wir haben teilweise Theaterveranstaltungen, wir haben Jazzdance. Und so sieht dann auch das Eröffnungsprogramm aus. Klaus Lage, Golden Earring hier zu hören, Roger Chapman und die Ärzte. Was wäre dein Traumgast hier in der Halle? Ja, Prinz habe ich gesehen, der hat mir sehr gut gefallen und ich habe gehört, dass er anschließend in manchen Clubs Sessions macht. Es wäre schön, wenn er das hier mal machen würde und sie bewundern.